Frenkel frottelt. Heute. Let's Play. Happy Wheels. Der Unfall-Simulator. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Happy Wheels. Es geht weiter mit euren Levels und ich schalte auch jetzt wieder die Facecam an. Brasilien war... Ach, ich bin ja auch blöd, ne? Brasilien... Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Kopf ab, ja. Brasilien war ja 2006. Ja, genau. 2006 hat Brasilien die WM gewonnen. Hätte ich ja mal drüber nachdenken können. Ich mag kein Fußball eigentlich. Also ich... So, jetzt habe ich keinen Hinterrad mehr, aber das macht nichts. Glaube ich. Man kommt schon auch so vorwärts, ne? Oha, stopp, 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 stopp. Oh Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir die Düse da wieder einstellen. So. Jetzt muss ich über die Mine da. Das war auch gut. So, Frage 1. Wenn das erst Frage 1 war und es kommen 10 Stück, dann wird das ein bisschen dauern. Also, das kann nur Frankreich gewesen sein. Deswegen muss ich jetzt da hochfliegen, oder wie? Hätte ich eigentlich drauf kommen können, ne? Nach unten ist ja auch viel zu leicht. Nicht Depp. Naja. So, wie schaffe ich das denn jetzt von dir? Das ist gar nicht mehr so einfach. Ah, nein! Dreck! Verdammter Mist. Ist echt ärgerlich jetzt, ne? Aber jetzt muss ich das nochmal machen. Drüber fliegen kann man nicht. Da hat er so eine unsichtbare Kacke eingebaut. Der Pisspenner von Sascha! Oder Sacha! Ja! Mann, Frankl, nimm dein Kopf mit! Ein Kopf ist beim Überleben nicht gerade zu unterschätzen! Komm, einfach durch! Das nervt dir, diese scheiß Kugel da. So, jetzt muss ich einen Kaffee trinken, nochmal einen Schluck. Sonst wird er kalt. Okay, ab jetzt konzentriere ich mich mal wieder hier. Also man kann das ja nicht so einfach locker flockig spielen hier. Man muss sich ja da schon konzentrieren. Auch wenn das eine nervige Stelle ist, das ist echt bescheuert. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann aber auch nicht bremsen, wirklich. Das geht auch nicht. Wenn ich vielleicht versuche, im richtigen Moment abzuheben. Moment. Und dass wir hier drüber kommen. Ah, jetzt liegt dieses blödige Lumpe hier wieder rum. Hier kann ich nur nicht hochfliegen. Das ist schlecht, weil dann breche ich mir wieder den Hals. Aber hier kann ich bremsen. Nein! Stopp, 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 stopp! Okay, das war gut. Ah, das war schlecht. Ah, das ist... Kopf einziehen. Aufstehen. Im richtigen Moment aufstehen. Scheiße, was mache ich jetzt? Ja, 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 ja. Das war gut, das war gut. Okay, jetzt habe ich bloß wieder keinen Reifen mehr hinten. Schlecht. Hoppelti, boppelti. Na, wo sind sie denn, die scheiß Spießchen? Schon nicht weg, aber es war gut. năm. Stopp! zurück. Das ist mir zu unsicher hier. Oh Gott. Okay. Stopp! Ja, scheiß auf dein blutes Kackbein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt. Sind die alle kaputt, die Minen? Ich glaub schon, ne? So, da ganz obenrum kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das war mir klar. Da hat er wieder was hingebaut. Ich würd einfach gern da obenrum fliegen. Das geht aber nicht. Schlaues Kerlchen, der kleine, miese Pisser. Flieg! Nein! Warum komm ich da nicht hoch? So, und jetzt? Muss ich rechts rum oder links rum? Wahrscheinlich links rum, oder? Weil sonst wären ja diese komischen Figuren doch nicht. Ist bloß ein bisschen anstrengend gerade. Lebe ich noch? Ja. Bist du jetzt endlich leer, du Arsch? Oh Gott. Das ist gerade ein bisschen fitzelig hier. Ich hab... Das hat mich weggeschleudert. Da ist ein Klo. Okay. Wenn ich ein Rad hätte, wäre es ein bisschen einfacher gerade, ne? Oh, das ist noch eine scheiß Fight-Schleuder. Oh, was ein Fight hier, ey. Und das war erst Frage 1. Da ist ne Granate. Äh, ne, ne Mine. Ah! Oh! Oh, Mann, ey. Leck mich doch am Arsch. So. Vorsichtig weiter. Wie heißt die Folge 38 von Let's Play Minecraft? Sag mal, du kannst sie doch nicht alle in der Latte haben hier. Du bist doch total bekloppt. Spinnst du? Was soll ich das denn wissen? Von welchen? Von wem überhaupt? Von Kronk? Folge 38. Das ist ja 200 Jahre her. Das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ist Kuh-Porno. Warum auch immer. Ich schau mal bei Kuh-Porno. Obwohl. Ich schau erst mal oben. Ich glaub, das ist schlauer. Da fällt man nicht so leicht runter. Zum Kotzen. Die hieß die nie und nimmer. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde jetzt schnell sein. Wie denn ohne Rat? Nein! 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 Leco, leco, mio, maggiore, ey. So eine Kacke. Okay, das haben wir. Stopp, 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 stopp. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Nicht so schnell. Da ist dann wieder die scheiß Spießwand. Kacke! Ich bin völlig entspannt. Schönen langsam da runter. Ja! Ich glaub aber, dass es auch eine Minecraft-Folge Kuh-Porno gab. Dann würd ich mir jedenfalls zutrauen, dass ich die mal so genannt hab. Okay, das war gut. Stopp, 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 stopp! Kacke doch die Wand an! So, jetzt, ähm, wär's mal ganz gut, den, äh, Reifen zu behalten, äh, für spätere, äh, Eventualitäten! Ich dachte, also, um das zu erklären, ich dachte, ich hätte die Düse umgedreht, als Bremsdüse, aber ich hab's genau falsch rumgemacht, ich blödmann. Und hab deswegen ins Gas gegeben, ey. Ich komm mir vor, wie eine Frau, die einparken will und aus Versehen Bremse und Gas verwechselt. Komm einfach durch irgendwie. Fuck! Also, wenn das hier Schwierigkeitsgrad 5,6 von 10 ist, dann würd ich nicht wissen, was noch kommt. Beim besten Willen will ich das nicht wissen. Ja, egal, dann brauchen wir halt 10 Folgen. Macht ja nix. Sehr gut. So, jetzt hab ich die richtig eingestellt, die Düse, zum Bremsen. So, genau, so kann man gut bremsen. Ich hab Angst. Ich hab echt Angst. Fahr ich ob vorwärts oder fahr ich rückwärts? Ich hab keine Ahnung. Hahaha, ja, ja, ja. So. Zack. Und zack. So, und jetzt kommt hier echt ne schwierige Stelle. Da muss man wirklich ganz gefühlvoll da nach oben fliegen. Ich weiß nicht, ob ich das schaff gleich wieder. Komm! Ja! Bleib! Ah! Nein! Nein! Ich schau mal gerade. Bemerkung. Das Level erscheint schwieriger, als es in Wirklichkeit ist, schreibt einer meiner Tester. Kann das sein, dass das heißt, dass das eigentlich alles viel einfacher ist und ich mir diesen ganzen Weg sparen kann? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber es ist mir scheißegal. Ich ziehe das durch. Ihr wisst das ganz genau. Ich gebe einen solchen Zuschauer-Level nicht auf. Wenn ich das einmal angefangen hab, dann wird das durchgezogen. Es gab eine einzige Ausnahme. Das wisst ihr. Das war ein Kack-Level, der absolut total beschissen war. Aber ansonsten. Voll auf der Ömme. Voll auf der Ömme mit der Google. Aber sowas von voll auf der Ömme. Ja, ist gut. Komm. So, jetzt muss ich erstmal wieder über diese Gliedmaßen da drüber kommen. Ach komm, zick dich so rum. Jetzt muss ich die Düse wieder umdrehen. Wenn ich das Zeug loswerde. So. Weil ich dann nämlich hier schon bremsen kann. Was eigentlich gar nichts bringt, fällt mir gerade auf. Ich muss ja da durch, ne? So, jetzt, 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 jetzt. Okay. So, Düse nur mal richtig drehen. Jetzt geht mein Drucker an. Warum zur Hölle geht jetzt mein Drucker an? Schnauze-Drucker. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Mach den Drucker, mach den Drucker. So. Boah, das ist echt schwierig hier an der Stelle. So hochfliegen ist nicht das Problem, aber, ähm, dass da oben jetzt noch so ein Nupsi ist, der einen da so ein bisschen davon abhalten möchte. Okay. Das ist schwierig. Aber, jetzt, hab ich's! Okay, und ich hab noch das Rad. Oh, schnell, schnell, schnell den Arsch hin! Den Arsch, den Arsch, den Arsch. Ach, schon leer, okay. So. Oh. Schade. Ich hab gedacht, ich kann das Klo auf die Mine draufschmeißen, aber, egal. Gott, die Mini habe ich jetzt wieder völlig vergessen gehabt schon. So. Obenrum war nicht falsch, ne? Glaube ich. So, und dann soll ich hier schnell sein. Ha, fuck, zurück, zurück. Das Ding fällt doch bestimmt runter. Ha! 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 Schnell. Ha! Okay, es fällt nicht runter, es ist so eine blöde, blöde Lenkmine gewesen. Das ist nicht, das ist nicht wahr, oder? Ich bin tot. Ich habe einen Kopf, ich habe, oh nein, ich habe doch fast schon, oh nee, da oben ist bestimmt das Ziel. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich muss an der, ich muss an der Stelle einfach nochmal sagen. Sascha, du Arschloch. Okay, an der Stelle mache ich jetzt mal eine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dass mein Like da kommt, das nächste Mal wieder. Wenn es weiter geht mit Happy Wheels!